Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Memoranda. Das Katerchen hustet hier die ganze Zeit rum und wenn ich ihm jetzt was zu trinken gebe, führt es nur dazu, dass er dann sinkt und alles nach oben verschwindet. Hier fehlt uns also noch irgendein Gegenstand oder mir eine Idee. Wir schauen uns also noch weiter um. Und hier ist noch was. Es gibt 200 Dollar Belohnung wenn man den Elefanten findet. Oh, was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Oder du schaffst die Mädchen, wie wenn wir Kinder waren? Ich würde dich sogar jetzt schaffst, damit du hier nicht zurückkommen kommst. Es ist zu schlecht, dass ich mehr wichtige Dinge zu tun habe. Okay, hier ist also jemand, der mich anstorrt. Der sich hier nicht nur versteckt, um kleine Mädchen zu erschrecken, sondern der scheinbar was Großes geplant hat. Was ich merkwürdig fand, ist, dass sie so mit ihm gesprochen hat, als würden wir ihn kennen. Okay, das haben wir gerade schon gehabt. Wir werden über seinen großen Job der Zeitung lesen. Und hier ist Marthas Katze gar nicht offen. Die sieht jetzt aber gar nicht so glücklich aus. Was ist das? Ist das ein Minispiel? Nein. Hm. Hm. Sagen wir vielleicht Marthas nachher Bescheid. Das ist ja nahezu gehighlighted. Plüssiges Propan. Okay, wir gehen hier erst rein, wenn wir mehr wissen. Oh, da ist Katsch. Nun denn. So, was haben wir hier gesammelt? Liquid Propan. Ich erinnere mich aus der Hochschule. Das ist einer der wenigen Gäste, die höherer als der Luft. Schwerer als Luft. Das heißt, das schluckt die Katze, bevor sie singt. Und dann plumpsen die Töne nach unten und wir können sie gemütlich aufheben. Das ist ja einfach. Hier mein Freund. Trink das. Sieht ekelhaft aus, aber wenn wir es hier reinpacken. Propanenjuice. Sehr schön. Hier, trink etwas Orangjuice. Trinken. Trinken. Ne, es hat doch gar kein Human gesungen. Hallo? So, dann bringen wir die Frequencies zum Musiker und Erfinder. Switch. Marta, ich wollte dir gerade sagen, dass ich da eine Katze gefunden habe. Dann nähe ich. So, da. Wir wollen dringend rein. Flipp. Was würdest du ohne mich getan haben? Für die Frequencies? Ja, ja. Schau dir nicht, dass du nichts davon bekommst. Als nächstes Mal kommst du, wird die Maschine bereit sein. Und du kannst sie mit dir nehmen, um zu zeigen. Okay, ist nichts davon, wenn ich komme, ist die Maschine fertig. Dann kann ich sie mitnehmen. Warum sollte ich das wollen? So, bin wieder da. Tatsache. Jetzt. Wir sollten ihn jetzt in Ruhe lassen. Weil er in zwei Tagen was Neues erfindet und das dann alt ist, oder was? Muss ich jetzt zwei Tage warten, bis ich das benutzen kann? Guck nochmal rein. Ja, okay. Okay. So. Wir haben eine leere Flasche. Ein Donut. Das Foto von Jack und dem Elefanten. Mit dem Donut können wir uns... Hallo? Das geht nicht mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, per Doppelklick bin ich noch weggekommen. Gut. Mit dem Donut können wir uns vielleicht bei dem kleinen Mädchen einschleimen. So, Freundin. Würdest du einen Donut von Mr. Donut mögen? Ich liebe diese Donut. Mach nicht meine Mutter, dass ich einen hatte. Ich will nicht. Schau dich nicht. Okay, sie freut sich, aber seine Mama nicht sagen. Mr. Spaghetti? Mr. Spaghetti? Sie war mit Mr. Spaghetti befreundet. Weil er immer nett zu ihr war. Weil er oft hier lieb war. Ich habe immer Spaghetti gebracht. Wenn er zurückkommt, könntest du ihn in diesen Filmkanister gehen? Wir gehen raus. Natürlich. Ja, sicher. By the way. Ich bringe dir einige homemade Donuts. Dann haben wir zwei Freundinnen. Mr. Spaghetti und Miss Donut. Hm, okay. Filmbox. Oh. Okay, jetzt haben wir eine leere Filmbox und eine leere Flasche. Und eine Filmrolle. Ja, und das könnten wir uns oben anschauen. Ganz oben. Ist offen, tatsächlich. Na dann. Spaghetti. Okay, sie hat mich als ihren einzigen Freund verloren, möchte nicht wieder zu ihr nach Hause gehen und von Reihe irgendwas Katzen umrundet sein. Ich kann in die Katzenstadt gehen und sich ein neues Kätzchen ausrufen, vielleicht auch zwei. Können wir hier was machen? Kätz-Clip. Wir haben also auch mal eine Katze verloren. Okay, wir haben aus. Also wir waren hier früher auch schon mal drin oder was? Okay, wir haben was Neues im Memorand da stehen. Nämlich dass wir unsere kleine, geliebte Katze vermissen. Nun denn, was haben wir noch? Das haben wir gelöst und jetzt ist noch Die Reopened-The-Room ist kein Schlaf für mich, während der Seemann wach ist. Ich muss etwas finden, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Ist das dann quasi meine Aufgabe jetzt? Gucken wir uns mal an. Wir nehmen nochmal den Nierenstein. Hey! 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 What are you doing here? Und pack ihn in die Filmrollen- Also in die Filmrollen- Behälter! Hi Miso! Schön, dass du dich kommst und ich mache dir ein Geräusch. Nichts. Erika wird in ein paar Tagen zurückgekommen und wir werden dich nach Hause nehmen. Sorry, ich kann nicht genug Zeit mit dir. Haben wir hier denn was? Ich bete. Memorandacrum. Nichts Neues schreiben. Okay, also er sagt allen Bescheid. Sein Gerät fertig ist. Heißt es, dass wir es jetzt haben können oder ist es nur generell ein Gag? Fragt man das noch? Gag? Okay, ja, wir warten also zwei Tage. Alles klar, ich habe es verstanden. Ach, hier ist ein Hobby. Es ist sein Hobby, hier was rein zu ritzen, wenn er frei ist. Also kennt sie ihn oder was? Ernsthaft? Ach, Geizchen. Ja, okay, ich habe es verstanden. Können wir die denn damit anlocken vielleicht? Vielleicht. Some people get lucky and make it. But I'm not one of them. Nein, okay. Dann geh jetzt da rein. Ich hänge da. Oh, what are you doing here? Da hängende Korn. Ich konzentriere dich. Ich kenne mich schon. Sie hofft, dass sie den... Der Spaghetti-Man hat was mit dem Verschwinden des Elefanten zu tun. Zack, is the Elephant here? Ja, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ei, 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 ei. Okay. Chair. Die Tür wird gar nicht angezeigt. Wir sollen einmal durchs Fenster gucken. Aber es ist zu schmutzig. Okay. Also hier ist jemand drin, der Kontakt mit Menschen vermeidet. Hier ist der Elefant. Super. Hier ist der Jahrmarkt. Circus. Potato können wir nehmen. Dann. Und die... Schmeißen. Die schmeißen wir einfach durch die Scheibe. Sieht sehr logisch. Vielleicht hätte ich es in den alten Tagen getan. Nein. Ich bin mal zu doof. Der Elefant ist da drin. Ich muss sehen, ob er von hier kommt. So. Die Tür ist noch nicht angezeigt, aber natürlich eine Glocke. So. Er möchte allein gelassen werden. Er sagt das Gleiche. Okay. Jetzt wirft er sein Baguette runter. Hallo. Ich bin... Wirft kein Baguette. Warum sind diese Tür so groß? Es sieht aus, wie es für ein Elefant war. Okay. Es ist nichts weiter. Ich drücke mal den Hotspot-Knopf. Klingelfenster. Ball. Postbox. Red hole. Hallo. Hallo. Es sieht aus, wie es schon lange dauert. Es ist schon lange, seit kein Wasser zu diesem Zink runter. Vielleicht sind die Pfeifen gebrochen. Ich wünsche, dass ich klein sein könnte, um zu rein und zu sehen, was passiert. Nur ein Kugel-Gartner könnte mir dieses Garten haben. Okay, cool. Hier ist die Ratte. Die Ratte möchte essen. Manche Leute werden es glücklich machen und machen es. Aber ich bin nicht glücklich. Mensch, du musst es doch nicht immer so abwertend kommentieren. Sag doch einfach, ich kann das nicht machen. Oder so. Haben wir noch was für die Ratte? Hm. Ich muss von irgendwoher ziehen. Oh, kleine Löcher. Dann wirf doch... ... die Kartoffeln ins Kloch. Funny Idee. Aber vielleicht später. Naja, wie ich sonst finde, ist es lustig. Tiny Garden, Tiny Garden. Okay. Also, das Ding da unten braucht im Prinzip ja Wasser. Ich habe ja jetzt eine leere Flasche, aber... Wasserhahn oder sowas... War jetzt nicht so... Nicht so da. Hm. Ich kann da jetzt nicht von... ... von einer Sackgasse zur nächsten gehen. Aber... Ich klinge jetzt... Nein, ich gehe jetzt noch mal zu... ... zur Frau vom Spaghetti-Mann. Ja. Ja. Kannst du mir was dazu sagen? A little girl. Any news about Mr. Spaghetti? Actually... No. But... I haven't forgotten about your donuts. What type of donut did you say you liked? The traditional ones. Not the chocolate ones, though. Was? Etwa eine Aufgabe, hier noch mehr Donuts zu bringen? He was right, everything's still in the air. Lieber mal Mr. Spaghetti warnen. Might not be aware that he is being suspicious. Gut, wir holen also noch schnell einen Donut. Bei Mr. Donuts. Nein, machen wir nicht. Aber auch hier drücken wir jetzt mal die Hotspot-Knopf. Brut gibt's noch, so gucken wir's auch an. Gib mir mal noch bitte ein paar Donuts. Ich zahle auch. Ich nenne nichts. Can I please get some flour? I'm in a rush, but I'll be back some day to talk art! Huh? Dann muss ich... Wut? Now that I got flour, I have no excuse for not making donuts. Ich hab doch gar keine Küche! Ich... 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 äh, laut hä sagen. Nehmen wir den Fahrstuhl. Nehmen wir die bis zu uns rein. Ja, wo ist denn hier bitte ne Küche? Hä? Wie? Wie? Ich hab keine Ahnung, warum ich das gemacht hab. Hier ist halt ne Küche drin. Ist er ne Küche? Nein. Ey, sag mal. Was hab ich die ganze Zeit übersehen? Das da ist das Neue. Und das da ist das, was ich die ganze Zeit haben möchte. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Die Telefon-Geschäme, wenn ich's nicht verstanden habe. Okay, die DTMF-Maschine kann theoretisch per Ton übers Telefon anderen Telefonen ein Signal dann übermitteln, oder? Das sind doch diese DTMF-Töne. Ich hab da gar kein Telefon. Ach. Ha. Doch. Doch, doch, doch. So krieg ich die Nummer raus. Oh. Oh. Kardashian knows his stuff. The device is now full of the frequencies coming from that room. Oh. Darf ich mal das Telefon benutzen? Es ist nicht mal angezeigt. Jack. Ich brauch da ein Telefon. Eine Bäckerei ist kein Telefon. Ein Radio ist dort. So muss damit einfach nur... Sorry. Wow. Wir sind Leute auf einmal zum Ansprechen. Gib mir mal was. Ich scheine eine Freundin zu sein, die auswärts studiert. Hallo Niall. Someone must have finally found a way to kick you out of the lab. It's really hard to get me away from there. I only needed a few more microbes on the canvas to finish my master work. But when Ray says let's go to the beach, then we gotta go to the beach. You can't decline the invitation when Mr. Armero starts a beach bonfire. All too true. I bet if there was an international championship for it, Chris would win with a large margin. Mr. Armero. I've missed you. Ah, Mizuki. I'm asking you about you last night on the beach. It's been months since you last sat with me by the fire. That's true. With the insami that I have? I don't know why I didn't think I was waiting for you last night on the beach. Are you also sleepless, because of the noise coming from your neighbor's fridge? Oh, haha. No. Just... Too many thoughts and worries. Or maybe I miss my mother and sister. And the fire on the beach makes it even worse. Mizuki. You know well that your family really... Oh, forget it! What's happening with the family? We already know that. No. We know the stories of his father, but... That's right. And... That's right. Unfortunately, I'm not informed. Can we finally go to the beach? No. No. I'm not informed. How does Niall feel about this and your tea breaks? He's immersed himself in his paintings and microbes. It's a weird combination. Being a painter and a... Yeah. I was always worried. By the way, when Ray leaves, are you gonna stay here? For a while, yes. I have a... Is it about infectious... No. It's related to animals and their language. Uh... Forget it. As I said, it's confident. Animals and their language. She can't know or not. Someone must have finally found a way to get you out of the lab. It's really hard to get me away from there. I only needed a few more microbes on the canvas to finish my master work. But... You can't decline the invitation when Mr. Romero starts a beach bonfire. All too true. I bet if there was an international champ... Okay, that's okay. You're right, Mr. Romero. I never had a good family like you did. How are they, by the way? Everyone is well. Well... They're all in the city, except for Henry, who is spending his school break here with me. He should be somewhere around here. You know, he thinks about his friends all the time after that incident. Now? Okay. I have to speak again. Wait a minute. Why is there... Why is there... Why is there Henry marked? Why are you following me? Can't you find someone else's day up with you? Don't walk too fast. To tell you the truth... I built this place myself. I don't think I can let you go anytime soon. I'm full of energy. And I don't know anyone else. Okay. Er beschwert sich, dass ich zu schnell weg... Telefon! Ein, äh... Ein Kondenser! Ist das ein Boiler oder was? Ah, ne. Einfach nur... Zum Wasser... Oh, dann gib uns doch direkt mal Wasser. Wieso ist das jetzt nicht logisch? Mensch... Okay. Throughout this century... Important news were relayed on this Telephone. Telefon... Und wir haben hier die DTMF-Maschine und können jetzt den Spaghetti mal anrufen. Telefon... Hello? Why don't you leave me alone? Would you give the bloody phone a rest? Well, your wife... Ähm... Mensch... Ne, lass uns mal reden. Hello? Why don't you leave me alone? Would you give the bloody phone a rest? Well, your wife... Ne, okay. Das bringt also doch nichts. These are probably the old sailor's personal belongings. I'm worried that if I pick these up, the ghost of the lighthouse's owner might come get me. There have been horror stories about this. Okay. An altes alte Seaman-Sachen. Ja. Lighthouse... Ach, den Kondenser kann ich mitnehmen? I love copper pots and plates. But this looks incomplete. Ja, man. Da fehlt die Flasche. Kondenser. Damit kann ich Einflüssigkeit kondensieren lassen. Ja. Super. Linse. Die nehmen wir mit. Eine alte Schallplatte. Generell eine Schallplatte. Ha! Kannst du glauben, dass dieses Vinyl mit meinem Hochschul-Klose-Friend für Hod? Er ist ein Musik-Enthusiast. Und es ist strange, dass er das hier in diesem Junk ist. Ah, die ist von Fahad. Merkwürdig, dass das hier eine Ölkanne ist. Eine Ölkanne? Eine Ölkanne? Ah, oh ne. Doch, na klar. Das Öl ist schwarz wie indische Tinte. Ah. I don't want to waste my time. Oh. I wouldn't have guessed at the lighthouse one. Entrance. Soll ich was übersehen? Nein. Aber ich brauche doch die Tinte. Die Packet. Muss ich das damit beschmieren? Soll ich... mir was abfüllen? Alles nein. Ich brauche was... Ich bin immer den... Nee, okay. Warte mal. Geht immer wieder direkt los. Es scheint wohl nichts wichtiges zu sein. Oh. 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 Mami, hast du nicht gemacht. Deine Kinder sind starven. Geh, find some food for them. Was? Kann ich euch helfen? Hab ich Futter für euch? Aber kannst du mir mal den Abriss... von der... von diesem Elefantenfuß hier rein? Henry, was ist los? Wie geht's? 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 Henry hat nicht einen Oven, aber er hat einen Microwave. Nein. Nicht mehr. Ich spende die ganze Zeit auf einem Buch für einen Freund. Nämlich. Mein Schwimmer. Ich würde es aufgenommen haben, wenn es meine Beine verbringt. Okay. Ach. Zeichen wir wohl nehmen? Ja, ich brauche auch eine scharpe... Ist die Schere? Die Schere ist weg. Ich... Brenne ist einfach weg. Ich habe keine Idee. Was? Das ist doch eine super Idee. Aber ich kann mit ihm angewenden, dass er liegt dann... Daraus ist ein Stempel drin. Seine steht hier. Red Eye Ferdinand. Tatsächlich. Das ist dann der, der uns verfolgt. Ich habe nur eine Flagge. Gehe ich die Flagge nehmen. Für immer. Ja. Zum Saubermachen ist die noch nicht nutzbar. Okay, das muss halt irgendwo rein. Die ist very powerful. Sehr gut. Der Lebensretter. Ja. So, damit wir nichts verpassen. Hotspot Knopf. Ah, der Beach kommt selbst auch. Fischermann. 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 Okay, er hat also... Eine... ...einen Sonnenblocker benutzt, der nach Fisch riecht oder was? Feuer! Mit Benzin hat das gemacht. Gib mir mal den Trichter. Ich habe einen Funnel für einen langen Zeit. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Gib mir den freiwillig bitte. Ja. Ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das Feuer brennt sich und sie muss mich nach Hause nehmen. Ich meine nicht, ich bin röd, aber ich will wirklich nicht sprechen. Fischermann. Okay, also... Ja... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dass seine Mama ihn nicht rechtzeitig holt. Das ist hier noch was. Town Square und Pier. Drücke mal Hotspot Knopf. Tatsächlich die Krabbe? Pff, okay, jetzt sag mal Krabbe. Könntest du mir denn eine Kartoffelsteppe? Kann ich... Sand gefüllte Moschee... Kann ich damit eventuell meinen Stempel bauen? Das ist nicht irrelevant, jetzt gib hier mal... Das ist nicht irrelevant. So, Beach, Town Square, Lighthouse... Kann ich damit das Seil dann zu schneien? Geht also nicht. Möchtest du die Muschel haben zu füttern? So. Was haben wir hier noch alles? Das Loch. Wir brennen. Nein. Wir wischen. Wir... Wir haben nichts. Wir haben nichts. 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 Geh noch mal rein. So. Möchtest du... ... einen Muschelbaum? Aber wir... Soll ich... ... die Saat dazu bringen, schneller zu wachsen? Funny idea. Wo krieg ich denn Wasser her? Hier vom Teich, aber... ...komm ich denn da hin? Superb! Das neue Problem von Tipps & Tricks Magazine! Oh! Ich habe vergessen, dass die Elefanten Füße auf der Blumen gelegt haben. Hä? Wir müssen die gar nicht selber machen, sondern... Die ganze Tricks funktioniert! Aber... ... jeder könnte die Füße sehen und herausfinden, wo der Elefant schiebt. Ich sollte sie alerten. Hey! Der Elefant ist in Gefahr! Ich bin nicht schreit! Ich muss einen anderen Weg finden, um mit diesem Loner zu kommunizieren.